Was fandst du denn schön in das Blond? Was fandst du denn schön in das Blond? Ich möchte mich an diesem Gerät mal schauen, bitte. Die Heizkopf ist, Heizkopf ist, Heizkopf ist, und ich fuhre. Nur noch einmal kommt, und ich fuhre nicht, und ich fuhre nicht, und ich bin nicht schön, aber auch sehr. Lese! Lese! Wer gibt's noch Schicks für diese Runde? Rangspazieren, Rangspazieren. Fass mal ein Theater. und dann ... Rangspazier, indem wir Rangspazier Eintritt ein Jetzt kommt ... Und vorsicht wie die Skilos ... 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.